Guck mal, ob du da unten was erkennen kannst. Das sieht ja aus wie ein Einkaufswagen. Genau. Und was machen wir da jetzt? Angeln? Ja, sozusagen. Okay. Ja, das nennt das Wasser nicht ab. Magst du das nochmal mit anpacken bitte? Kann man den hochziehen jetzt? So, da haben wir den doch schon. Der war ja kinderleicht. Klar, immer hier am Hafen. Boah, der stinkt. Ich bring den jetzt mal direkt zurück. Tschüss.